Hi, ich bin Jan von RenderWelt. Wir entwickeln digitale Marketinginhalte auf Grundlage des digitalen Zwillings Ihres Produktes. Dabei wird Ihr Produkt in Form, Farbe und Oberfläche digital nachgebaut. Das dient dann wiederum als Grundlage für spannende Visualisierung für Ihr Content Marketing. Das können beispielsweise Produktbilder, Animation, Augmented oder Virtual Reality sein. Dazu gehören auch virtuelle Messestände. Seit der Covid-19-Pandemie werden diese zunehmend umgesetzt. Ein virtueller Messestand dient dazu, Ihre Produkte in einer virtuellen Welt zu präsentieren. Sie können dabei Ihre Zielgruppe weltweit, egal zu welcher Zeit, auf Ihren Messestand holen und Ihre Absätze steigern. Sie schaffen einen virtuellen Point of Sale. Auf eingängigen Messeportalen oder auch einfach auf Ihrer eigenen Website können Sie Ihren virtuellen Messestand einbinden und schaffen es so, dass Ihre Zielgruppe spielerisch Ihr Produkt entdeckt. Dabei können Sie natürlich auf aktuelle Angebote eingehen oder können besondere Leistungen hervorstechen lassen. Um einen virtuellen Messestand funktionierend und zugänglich aufzusetzen, erfordert es einen Mix aus sehr vielen verschiedenen Skills. Unter anderem brauchen Sie 3D-Designer, Produktdesigner oder Entwickler, die den Messestand funktionierend in die virtuelle Welt bringen. Wir erzählen Ihnen gerne mehr dazu. Besuchen Sie uns auf www.renderthat.com und erzählen Sie uns von Ihren Ideen.